ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einer weiteren folge red dead redemption 2 nachdem wir gestern der die mission ikaros und freunde nicht machen konnten werden wir diese heute ja in angriff nehmen lasst gerne like nabu da und ansonsten viel spaß die problemen kommen in na guess they know now we ain't in the city mr. Milton's friends yeah they've had patrols out ever since you boys disappeared well at least your life for now yeah what happened in Guamma yeah nothing nice what happened to Dutch cuz he seems seems is what began happening in Blackwater began happening years ago maybe slow decline I guess what do you mean I ain't quite sure what happened here I started gathering people up as best I could after you boys left and John you know that part I do and how's I yeah so that too oh we got Lenny's body out as well grab the morgue and buried them together follow me so what's your plan here well how figure before we do anything we need to make sure John's even still at this prison we need to get up high enough to get a proper look at the place unless you're planning on learning how to fly that's exactly what we're gonna do I found as a hot air balloon you ain't serious now whatever you call him he thinks we're just in it for a lesson bit of a tour he's quite the character I think you'll like him you know I'm impressed you really step things up ain't you hey we didn't know if you was even coming back whole thing hit folks real hard you can see it Karen's gone falling fully into the bottle Strauss is a bag of nerves Swanson well Swanson's actually gone and cleaned up his act so I guess it ain't all gone to shit she a beauty ain't she from here on the ground yes mr. Bullard hmm mr. Bullard ah mrs. Adler it's good to see you good to see you this is my friend I told you about mr. Morgan ah yes Arturo bullet at your service sir at your service Arthur Morgan well it's a nice fresh day for flying sir a day like today and Icarus would have made it across the sea ha 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 you ever flown before sir no it's quite a thing quite a thing now put these on and hop in well ain't she coming ah well women can't fly sir are you insane okay oh no sir does terrible damage to them to their vapors I thought everyone knew about that why a delicate flower like mrs. Adler heavens above or below yeah where'd you find this guy I told you you would get on are you sure about this certain sir quite certain mrs. let us away wish us luck I've only crashed twice now pull on that rope and hope for the best ah you boys have fun how did you get out of this up up and away da bin ich ja jetzt mal gespannt was von uns zu sehen get a few vapors of our own it's a little overcast but I'm expecting some good wind once we're high enough we should still have some decent views over the river who knows that one hates to be coarse but on the subject of ablutions liquids over the side solids do your utmost to levy the situation until we land oh okay Mr. art a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent a decidedly harrowing experience for all involved keep going sir we need to get up above the clouds und dritten rechts wie weit wir hochsteigen müssen wahrscheinlich aber cool Über den Kölnchen, ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, alle externe Fortschritte gewinnt die Runde. Oh, mein Gott. Ja, hevendlich und tief, ziemlich hervorragend, nicht wahr? Es fühlt sich, dass wir einen schönen westlichen Wind haben, also gehst du dich an, Hunde. Dieses spezielle Wessel ist state-of-the-art, Sir, importiert von Europa. Wir finden mehr als ein paar dieser auf diesem Seite des Pommes. So lange es funktioniert. Ich kann das Teil sogar... So, auf jeden Fall müssen wir zum gelben Punkt, das klar. Sicher, dass du das nicht machen würdest? Oh, nicht überhaupt. Ein Kind könnte das mit einer kleinen Supervision operieren. Besonders, Mrs. Adler hat mir gesagt, dass du sehr stolz bist, um die Runde zu lernen. Wir haben viele von diesen. Sie hat das, nicht wahr? Arthur und Arturo. Wie perfekt ist das? Meine Mutter war ein stolzer Student des Italienes. Mein Bruder hat Baldesario gebeten, also kann man sagen, dass ich ausgeliehen kann. Schau, ich versuche hier zu konzentrieren. Okay, wir sind jetzt ein bisschen hoch. Okay. Ich glaube, das wird auch symbolisiert, unten rechts. Da ist so ein Strich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt bin ich genau bei dem Strich. Ich muss sagen, das Wort. Also, wenn ich mich, Arrows, was hat dich interessiert in der Versuchung der Aviation? Ich habe nicht, genau. Frau Adler hat mir gedacht, dass sie zufrieden ist. Ah, eine sehr schöne Frau. Und keine Verbrechenung. Das ist das, Herr Violet. Definitiv nicht. Ich mag ein bisschen mehr Femininatier auf eine Frau, aber Frierte ist die sehr Spiege von Leben, wie sie sagen. Oder ist es, aber? Wann wissen Sie, dass sie den Mann, der das in einem Asylum schraubt? Ich habe nicht, Herr Bullard. Siehst du das Gebäude voran? Das ist der Sissica Penitentiary. Wir sollten nicht zu nahe fahren, Herr. Entschuldigung, wir gehen in für einen näheren Blick. Was bedeutet das? Mr. Morgan, bitte, das ist der größte Irreginal. Du willst einen glücklichsten Kunden, nicht wahr? Schau, das ist nicht lustig, Herr. Was auf der Erde machst du? Die Gäste sind bereit zu sehen uns. Schau, sie werden nicht interessiert, wenn wir genug bleiben. Ich bin nur ein Freund von mir. Ein Freund? Der Böse hat den Gehäten, der in den falschen Ort ist, in den falschen Zeit. Ich hörte, sie haben ihn gearbeitet in den Fühlen, in einer Chain Gang. Herr Gäste. Hm, der Wind. Das ist die größte Ungewöhnung. Richtig, Herr Bullard. Geh auf. Bleib uns auf den Weg. Ich werde mein Bestes. Diese Pfle ist nicht die Einzige zu kontrollieren, du weißt. Wir müssen, äh, denken wir zurück. Das ist nicht ihn. Nein, nicht da. Best versuchen, in einem anderen Ort. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Sieht er. Es ist schwer zu sagen. Ja, das ist er. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Ich bin der Wind. Die Wind ist auf der Wind. Wir müssen uns auf diese Strecke bleiben. Wir müssen nach dieser Strecke bleiben. Wir müssen nach dem Westerland zurückkommen. Das soll uns zurückkommen. Gott, ich bin schlafen wie ein Leif. Und nosotros imieg im Wasser. Ich bin der Wind. Wir sind in der Wind. Wir müssen nachdem, Herr Bullard hochkommen. Wir müssen nach der Wind. Herr Boer, mein Herz verifachtete... Ich muss sagen, unsere Bestes für dieses Geschäfts sind nicht von mir. Daher sind die Höf Uranst. Oh ja. I expect so. I'm starting to rather enjoy this. Hey, Satan! Up here! Your justice! Shit! They're all dra- Mrs. Adler has a block to answer for! Yes, she does. The most excitement I've had in years! Why don't you walk the reds? What was she thinking? Where the old tricks goes right now? Ah! We've got ya! Ah! You showed them, Mr. Morgan! Ah! What the day! Come on, sir! Let's finish these bastards! Just ride out there with them! Think I'm caught in a fist of a deal, Morgan? Yes, you are! Until I tell Baldassario about this! Oh my god! No one's gonna recognize you when I'm lost! No! Oh! 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 Djack, you're up! A drink for the old Bristol who kills this cocksucker! Look out! There's a bridge up ahead! Okay! I'll come down and get you on the other side! I could wrap up US T TOG! Ah, youp! You're too hot! Agh, crap! vosD ìLOUNYE! annon smoking weed master! Marathon bug médias for the old Drystal, youp! Halt es da, Arthur! Halt es! Hup, hup! Lass uns hier rauskommen! Arthur, hurry! Pull me up! Ja! Ich hör mal. Entspann, Ju! Ich denke, wir werden schrauben. Wir haben ein echtes Habit, zu sehen, Arthur. Hold on! Du hast dein Knochen verloren? Ich glaube nicht. Vielleicht. Verdammt, schau! Es gibt mehr von ihnen auf der anderen Seite. Sie müssen uns folgen. Geh nach etwas. Das ist noch nicht vorbei. Diese verdammt alten Drip- Du kannst nicht leben für einen Tag? Just kill diese Scheiße! Verdammt! Oh, ich komme noch nicht in die Richtung. Ich habe eine Angelegenheit für was du gemacht hast. Ach, 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 ach! Oh, ich bin so schwer, ich habe es. Oh, ich werde so schwer. Oh, ich bin 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 so schwer. We got more coming out of the woods there! Send every last son of a bitch you got! You can tell Paul he's next! Come on! Let's move up and finish these bastards! You ready to go? Look at those coward! Yeah! You run! I'll catch up with you soon enough! I'll catch up with you soon! I'll catch up with you soon! That'll show them! They got Colm! The government! They got Colm O'Driscoll! They're gonna hang him in San Denis! Hang him? Okay! He's already been tried twice for murder and found guilty! Sure! No doubt he'll escape again! No he won't! Cause we're gonna make sure of it! I... We have our own problems with the law in case you ain't noticed! Dutch'll wanna see him swing! Sure Dutch! He wouldn't even help us with Marston! And our situation is really messed up right now! You know how things is! Bastard's gonna swing! I'm gonna make sure of it! Closely followed by Marston! Closely followed by Marston! You saw him? Yes! From the fields! Okay! Then... We go rescuing him! From a state penitentiary? No! But from the fields? Yes! That we can manage! It's well guarded! Guarded sure! But not behind bars! No! It's not behind bars! So... That's how we'll do it! Bust him from his work detail! I guess! It's best just the two of us go! The two of us is all there is anyhow! Good! Because two is all we'll need! I'll get us a boat! A little one! And we'll... Sneak in! And get him out of there! Meet me at Copperhead Landon! Thank you Arthur! Whatever you say boss! I heard that! The other halves of all! I hope you liked it! I'm going to visit my new episode if you like us Io! If you enjoyed it, write a like and Abo! Sonsten ills raspberry! You'll see you in the next episode! Everyone, bye! Bye!